hallo und herzlich willkommen zu einer runde bauley bridge ich habe hier mit der brücke weitergemacht ich bin noch nicht ganz fertig wenn ich hier simulation starte denn der bus ist hier rüber bleibt da stehen jetzt kommt der gelände an der fährt hoch gelände war der monster truck aber er kommt da nicht ganz hoch das ist jetzt halt nur noch eine feineinstellung hoffentlich ich hoffe dass es nicht allzu lange dauert die feineinstellung nee das gibt es doch nicht ich habe schon einmal geschafft da hoch zu kommen allerdings war ich da nicht im rahmen vom budget ah ich habe es geschafft gut okay dann gehen wir zum nächsten gleich rüber okay das scheint ja wohl auch nicht allzu schwer zu sein hoffentlich okay was hat man holz unendlich stahl unendlich dann verstärken wir hier einmal die straße mit stahl träger und sitzen hier weiter formen mit stahl träger und sitzen hier weiter formen mit stahl träger ich hoffe das wird nicht allzu teuer ich denke mal es wird ein bisschen teuer naja schauen wir mal was gleich passiert ok naja das kracht jetzt ein ja das war ja klar das konnte ich auch nicht halten Kabel ach kracht dann trotzdem mal ein das war mit Kabel geht die dreiecke ich weiß es nicht ich denke mal schon ich habe irgendwie einen frosch im hals heute kennt ihr das bestimmt so wie machen wir das jetzt also so hält das ja nicht wir brauchen jetzt immer mal holz holz ist auch immer gut dann kann man holz setzen wenn man so großen abstand mit den kurs hat das ist doch ganz neu jetzt oder normal ging das damals nur mit der straße damals das hört sich an als ob ich die ersten body bridge spiele hier vor ein jahr oder so gemacht habe so komm her du luder ich kriege dich auch eins hoch so da brauchen wir schön die dreiecke rein und hier sieht doch schick aus jetzt kracht er wenigstens in der mitte zusammen und wo kracht er genau machen wir schon langsamer hier und dann da hier vorne irgendwo ich glaube zumindest das ist hier irgendwo war da ist da okay okay und da ist er noch gebrochen hier bricht auch alles ich wollte auch ein bisschen geld sparen und und ein bisschen daneben so jetzt sieht es doch sexy aus sexy 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 ah jetzt bricht er daheim das kann er nicht sein ach 250.000 bisschen dollars haben wir ja noch ein bisschen es wird immer weniger es wird immer weniger oh nein die machen mich pleite hier nein die mache mich pleite hier die machen mich pleite hier Wenn ich hier die Stahlträger wegnehme, vielleicht dann, ich denke aber dann hält das ganze Gerüst nicht. Klingt auch cool aus, ob der das aber schafft. So, machen wir erstmal hier Holz weiter. Dann machen wir jetzt hier die Straße wieder rein. Ne, Straße nicht da. Straße. Und dann. Play. Ah. In der Mitte bricht da. Und da am Rand. Ja. So, nach der Straße fällt bestimmt auch. Bestimmt besser wie Holz. So. Oh. Entschuldigung, es war ein 50.000 gewesen. Och ne. Och ne. Och ne. Och ne. Wie krieg ich das preiswert euch nun stabiler. Am liebsten nur die Stahlträger nehmen, weil das Auto bestimmt auch ziemlich schwer ist. Ich weiß es nicht. Holz. Ach. Ach der rutscht da sowieso wieder runter. Straße doch nicht. Holz. Hier ist es zugerken. Wie ist es? cancel. Du F Cause. Ach. Du Fassierer. Du Fassierer. Du Fassier. Du Fassierer. Du hast, Du Fassierer. ich weiß es nicht was kann ich noch alles machen hat einer von euch eine idee ich glaube ich muss da wieder eine nacht drüber schlafen wie ich das hier hinkriegen soll und jetzt hält der hier wenigstens vielleicht ist das der richtige weg oh mamma mia ja das kann doch nicht wahr sein das kann nicht wahr sein was spricht der da hinten was spricht der daneben die wolk kommt da rauf er ist rauf er darf nicht runter fallen nein 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 wie kann man das es wird doch gerade irgendwie hier in der luft so ein stahlträgerheim ob ich das geschafft keine ahnung wenn man denke ich das was ich bislang gemacht habe ist irgendwie falsch was ich glaube was richtig ist die straße so wie kann der preis jetzt schnell da hochkommen ich habe das gefühl dass es teuer wird ich habe das gefühl dass es teuer wird holz holz Das wird nichts, das wird nichts. Das sieht schick aus. Das wird nichts, das wird nichts. Da-o. Da-o-litt. I-i-i-i-i-i-i-i. Da-ch-ni-ich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also ich würde mal sagen, ich probiere es mal wieder hier alleine aus, so ein paar Stunden oder morgen, je nachdem, wie ich Zeit finde. Und... Dann geht mir. Ja, wie gesagt, ich probiere mal, lasse ich nochmal ein bisschen alleine aus, ob ich es schaffe oder nicht. Wenn ich es schaffe, werdet ihr es ja sehen. Wenn nicht, dann werdet ihr es auch sehen. Wenn keine Folge mehr kommt, wenn ich das Spiel rausschmeiße. Okay, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal viel Spaß. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.